Was zeichnet deiner Meinung nach denn so einen erfolgreichen Unternehmer überhaupt aus? Wer nicht Verantwortung übernimmt, der kann nicht erfolgreich sein. Das Thema Reflexion, Konfrontieren, warum fällt das den Leuten so schwer? Ich glaube, weil auch hier... Heute im Podcast Alessandro Principe. Alessandro, wir kennen uns seit fünf Jahren. Du bist mittlerweile erfolgreicher Unternehmer im Bereich Sales. Hast eine eigene Consulting-Firma. Und wir machen jetzt heute mal einfach Real Talk. Fünf Jahre, die letzten fünf Jahre. Wir haben ja wirklich so parallel entwickelt, auch in den letzten fünf Jahren. Und wir sind im Büro sogar nebeneinander. Wirklich nebeneinander, so zwei Minuten auseinander. Und was zeichnet deiner Meinung nach denn so einen erfolgreichen Unternehmer überhaupt aus? Ja, erstmal danke für die Einladung. Heinz, traurig genug, dass wir so lange gebraucht haben, dass wir uns mal gesehen haben. Du hast gesagt, wir sind seit Jahren quasi Nachbarn. Aber wir waren alle so im Tun und alle im Machen beschäftigt, dass wir erst vor kurzem die Zeit gefunden haben, uns auch einfach mal zu treffen. Genau. Und ich glaube, in diesem Nebensatz steckt schon ganz viel Wahrheit drin. Wir sind so viele Jahre nebeneinander, aber wir haben uns einfach alle darauf konzentriert, du und ich zu machen, umzusetzen und zu handeln. Und am Ende des Tages ist, glaube ich, das eine der wichtigsten Fähigkeiten als Unternehmer, mit Rückschlägen umgehen zu können. Die Bereitschaft zu haben, kontinuierlich und diszipliniert zu arbeiten und die Bereitschaft, jeden Tag maximal außerhalb seiner Komfortzone zu handeln. Und wenn ich das so runterbrechen müsste, was habe ich in den letzten Jahren gemacht? Dann genau das. Ja, das würde ich also mal direkt komplett so unterschreiben. Komfortzone, das ist immer so für mich so ein bisschen so ein geflügeltes Wort. Was ist für dich Komfortzone? Es ist erstens ein mega spannendes Thema, weil viele denken, nur nicht erfolgreiche Menschen haben eine Komfortzone und erfolgreiche Menschen haben keine Komfortzone. Am Ende des Tages ist all das, was wir in unserem Leben haben, an Ergebnissen, sei es nicht gut, sei es gut, aus dem entstanden, wie wir bisher gehandelt haben, wie wir bisher gedacht haben. Das heißt ja immer, sein, tun, werden, denken, handeln, Ergebnis. Und all unser Denken, all unser Handeln hat uns zu den Ergebnissen gebracht, die wir jetzt kennen. Und das, was wir jetzt kennen, das, was wir haben, das, was geil ist, das, was nicht geil ist, ist unsere sogenannte Komfortzone. Bei dem einen ist die Komfortzone, der verdient 5000 Euro im Monat und bei dem anderen ist die Komfortzone, der macht eine Million im Monat. Also du meinst am Ende das, was einfach ist oder das, was schon da ist und in dem suhlen wir uns so ein bisschen. Also nach dem Motto, ich habe ein schönes Häuschen und ich bewege mich nur noch in diesem Häuschen. Ja, das ist die Komfortzone. All das, was ich kenne, ist meine Komfortzone. Ja. Wenn ich noch nie im Fitnessstudio angemeldet war und mich dann anmelde, dann habe ich meine Komfortzone verlassen, indem ich mich anmelde. Dann ist das Angemeldetsein die neue Komfortzone. Dann ist das neue Verlassen der Komfortzone, regelmäßig ins Training zu gehen. Dann ist das meine neue Komfortzone und die wächst immer mit. Und es gibt für mich nur einen Weg Richtung Wachstum, immer die Komfortzone selber zu identifizieren. Das passiert nur durch Reflexion und die Bereitschaft zu haben, diese zu verlassen. Okay, das Thema Reflexion. Lass uns doch da mal ganz kurz hinschauen. Reflexion. Du nennst das Reflexion. Was ist das denn überhaupt in deiner Welt? Angenommen, ich lerne irgendetwas. Viele haben so die Erwartungshaltung, hören jetzt einen Podcast und hören, ja, Komfortzone verlassen, ich muss das ab morgen tun. Es kommt in meiner Realität nicht darauf an, das neue Gelernte sofort perfekt umzusetzen, sondern hinzuschauen, was habe ich denn bisher falsch gemacht oder was habe ich gut gemacht, um daraus zu lernen. Also die Fähigkeit zu reflektieren bedeutet, sich selbst anzuschauen, was habe ich bisher gemacht und was hat mich zu den Ergebnissen gebracht, die ich gerade in meinem Leben habe. Und nur indem ich den Mut habe, auch mich selbst zu unterfragen, dass ich eine Reflexion nenne, erlange ich Erkenntnisse, die mich wachsen lassen. Aber warum haben das so wenig Menschen? Warum haben so wenig Menschen, also ich nenne es ein bisschen anders, bei mir ist es das Thema, also ich würde es auch anders nennen, sondern der Punkt ist, man könnte es sogar ganz einfach benennen, ist das Thema anschauen oder konfrontieren. Aber warum haben so viele Selbstständige auch, so viele Selbstständige machen das nicht oder warum fällt das den Leuten so schwer? Ich glaube, weil auch hier die Komfortzone viele Personen dabei zwingt, so zu bleiben, wie man ist. Weil wenn man zu sich selber hinschaut und Schwächen erkennt, dann braucht man dafür erstmal einen gewissen Mut, selber hinzuschauen. Und dieser Mut, der wird durch die eigene Komfortzone gehemmt, weil wenn man hinschaut, könnte es Veränderung bedeuten. Und Menschen lieben in der Regel das Gewisse, also die Gewissheit. Menschen lieben das, was sie haben. Und verhassen ist, das zu verlassen. Also du kannst natürlich immer viel einfacher das reflektieren oder konfrontieren, völlig jetzt wurscht, anschauen, was du gut kannst. Das wäre ja die Komfortzone dann in deinem Birding. Das ist natürlich immer easy. So nach dem Motto, guck mal hier, was ich alles Tolles gemacht habe, was ich alles Tolles kann. Das können eben viele. Das ist ja easy. Das ist auch einfach. Aber du hast recht. Es ist tatsächlich so, das stelle ich auch immer wieder fest, all das, was einem nicht gut gelingt, da wo man Probleme hat, auch Streitigkeiten, nehmen wir mal Ehe, Partnerschaft, Freundschaften. So nach dem Motto, man geht dann auch ganz schnell hin und wertet auch den anderen ab, ja, der ist schuld. Weil das macht es ja so einfach, eben nicht zu konfrontieren, was habe ich denn für eine Kacke gebaut oder was ist denn mein Anteil an dieser Soße, die ich da gerade verursacht habe. Also das ist tatsächlich ein Riesenthema und das ist auch eine ganz krasse Fähigkeit, die man als Unternehmer braucht. Ich würde es vielleicht mit einem Wort verantwortungsbewusst sein. Die Verantwortung bei sich zu suchen, nicht beim Gegenüber. 100 Prozent. Ja, aber komfortabel wäre es ja, angenommen wir streiten, komfortabel wäre ich, drehe mich um und gehe. Ja. Wachstum wäre, ich gucke hin, wie habe ich selber das verursacht. Genau. Wie darf ich mich verändern, dass das nicht mehr passiert. Genau. Und das ist deutlich schwerer als abzuhauen. Und warum haut man ab? Was glaubst du? Ja, weil zum einen, also jetzt auch auf der Metaebene könnte halt hinschauen, wie da eine Veränderung bedeuten und die meisten Menschen wollen festhalten an dem, was man ist, weil das ja irgendwie eins zu dem gebracht hat, was man hat. Und dadurch entsteht ja auch das gewisse Besserwisser-Syndrom, dass man Neues abwehrt, wenn man so bleiben will, wie man ist. Und warum es so schwer fällt, hinzuschauen, war jetzt die Frage, richtig? Ja, also der Punkt ist, warum man abhaut. Warum man abhaut? Ja, weil es einfacher ist. Genau. Abhauen tut man immer dann, wenn man selber Scheiße gebaut hat. Ja. Das heißt, wenn man selber Scheiße gebaut hat, egal ob jetzt in Freundschaften, im Beruf, im Job und so weiter. Also der Punkt ist, nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Da ist jemand, der bucht bei dir eine Dienstleistung und der ist total on fire, total happy, findet das super cool. Alessandro, du bist der Größte, das ist so geil, was du machst und so weiter. Und dann zahlt er eine Rechnung nicht. So, und jetzt die Frage, wie lange nimmt er wohl noch an irgendwelchen Live-Calls teil? Wie lange wird er noch an irgendwas teilnehmen? Das heißt, das ist ja die schlechte Handlung. Also das heißt, die Scheiße, die er baut, ist ja die Rechnung nicht bezahlt. Die Folge daraus ist, dass er abhaut. Das heißt, er geht raus aus der Beratung, raus aus dem Coaching, sagt Termine ab, ist nicht dabei. Ja, und dann fängt er an, so langsam aber sicher, das zu versuchen, seinen Scheiß, den er da gebaut hat, zu rechtfertigen. Und ich wette mit dir, du kannst die Uhr danach stellen. Du kannst die Uhr danach stellen, bis es dann losgeht. Ja, das hat mir auch alles nichts gebracht. Das Coaching ist auch scheiße. Du bist scheiße. Alessandro ist scheiße. Heinz ist scheiße. Wir sind scheiße. Alle sind scheiße. Nur er ist nicht scheiße. Also das Abhauen hat immer einen Grund. Ja, das hat immer einen Grund und das ist immer, dass selber einer Scheiße baut. Ist übrigens auch diese Thematik, wenn jemand zum Beispiel Mitarbeiter einstellt. Ja, er stellt Mitarbeiter ein und die performen nicht. Und das läuft nicht. Dann gibt es ja eine krasse Phase. Ja, eine krasse Phase. Die nennt man die sogenannte Adoloszenz. Die Adoloszenz ist die Phase, wo sozusagen das Unternehmen auf einen gewissen Peak, auf einen gewissen Punkt gebracht wird und dann da auf einmal irgendwelche Probleme kommen. Sagen wir mal beispielsweise Mitarbeiter machen ihren Job nicht. Es läuft nicht rund, Prozesse sind nicht etabliert und so weiter. Was machen jetzt acht von zehn Unternehmer? Acht von zehn Unternehmer? Oder acht von zehn Selbstständigen? Ja. Was machen die in der Phase? Was machen die? Die rodern zurück. Genau. Und wie machen sie das? Indem sie die Schuld beim Mitarbeiter suchen. Erstens, Mitarbeiter alle scheiße. Und was ist dann die Konsequenz daraus? Ja, keine mehr einstellen und sagen, alle Mitarbeiter sind scheiße oder Unternehmertum ist nicht so krass. Mach ich doch lieber selber. Ja, genau. Mach ich selber. Das kann keiner so gut wie ich. Genau. Das ist ja auch eine Form von Weglaufen. Ja, genau. Eine Abhauen, Weglaufen, Davonlaufen, aus dem Weg gehen und so eine Scheiße. Genau da liegt, meine ich, der Kern, Verantwortungsbewusstsein zu haben, die Verantwortung zu übernehmen. Der Mitarbeiter ist nur so schlecht, wie schlecht ich ihn einarbeite. Und in meiner Welt ist ein Mitarbeiter nur dann teuer, solange ich ihn nicht habe. Weil wenn ein Mitarbeiter nicht das tut, was er tun sollte, dann schaue ich, dass ich mich hinterfrage, habe ich denn das System in meiner Firma so aufgestellt, dass der Mitarbeiter auch so handeln kann, wie ich es mir wünsche. Ja, ich würde sogar so weit gehen, Alessandro, dass Verantwortung die Leute noch nicht mal wissen, was das eigentlich bedeutet. Die das Wort noch nicht mal kennen, also den Inhalt des Wortes und was es eigentlich wirklich ist. Wollen wir das mal vielleicht gerade mal machen, damit das den Leuten mal so ein bisschen real wird. Verantwortung ist im ersten Sinne etwas sehr Ursächliches. Denn alles, was mir im Leben widerfährt, hat mit mir zu tun. Das ist ja mein Leben. Ursache und Wirkung. Genau, exakt. Das ist ja mein Leben. Also das heißt, ich übernehme für alles, was in meinem Leben geschieht, für das Gute und für das Schlechte, bin ich die Ursache. Das nenne ich Verantwortung. Genau. Genau, exakt. Aber der Punkt ist, wenn ich natürlich, Verantwortung übrigens, Verantwortung ist übrigens niemals im Leben, das glauben nämlich manche, du kommst jetzt in so einen Posten rein, Geschäftsführer beispielsweise, die denken dann, das wäre was so aufgedrücktes. Verantwortung, das ist es aber nicht. Verantwortung ist immer freiwillig, weil du kannst dich ja entscheiden. Du kannst ja sagen, übernehme ich oder nicht. Ich glaube, dass du sogar Verantwortung mit Tag deiner Geburt in deinem Leben einfach schon hast, weil du hast ja gerade gesagt, alles was man getan hat oder die Ursache hat zu einer Wirkung gebracht und das ist meiner Meinung nach ein richtig geiles Gefühl, wenn man das wirklich verinnerlicht hat, ich darf für alles die Verantwortung tragen. Also alles, was gerade in meinem Leben scheiße läuft, habe ich verantwortet. Kein Chef, keine Kunden, kein Marketing, keine Leads oder was auch immer. Genauso ist dann im Prinzip, wenn ich das Bewusstsein entwickle, dass ich die Verantwortung dafür getragen habe und tragen darf, kann ich mir das Leben ja genauso basteln, wie ich es will. Absolut, das nennt man dann Bewusstsein, weil das ist ja wirklich Bewusstsein. Sich seiner Bewusstsein, dadurch entsteht ja übrigens auch Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein und der Punkt aus meiner Betrachtung ist einfach, wer nicht Verantwortung übernimmt, der kann nicht erfolgreich sein. Und hier möchten wir nochmal Erfolg. Mir ist jetzt völlig wurscht, ob jetzt jemand sagt, pass mal auf, unter 10 Millionen Jahresumsatz bist du kein Unternehmer oder bist du eine Wurst oder sonst irgendwas, dass wir jetzt mal vollkommen schnuppe. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ob er mit 100 Millionen oder mit einer Milliarde oder mit 10 oder mit einer Million. Das ist eine sehr, finde ich, sehr individuelle Aussage und auch Entscheidungen, die jeder zu treffen hat. Wir können aber objektiv sagen, alles was unter einer Million ist, alles was unter einer Million Jahresumsatz ist, da sind wir wieder beim Thema Verantwortung, heißt halt unternehmerisch betrachtet, im Prinzip Klimmzüge am Brotkasten. Hobby. Hobby-Business. Ja. Weil dann bist du ja am Ende des Tages so eine Art Einzelkämpfer. Weil anders wirst du es, also wenn du Mitarbeiter hast, dann musst du dahin. Ja. Das geht nicht anders. Das ist also, ich nenne es mal Pflicht. Ja. Oder das ist eine Verpflichtung, also dann musst du dahin. So und alles was da drunter ist, Hobby, finde ich cool. Hobby gefällt mir. Das ist eigentlich so. Wenn du Hobby-Einsätze tätigst, dann bekommst du Hobby-Ergebnisse zurück, hier auf wieder Ursache und Wirkung. Wenn ich mein Business ein bisschen nebenbei mache und die Verantwortung ständig im Außen suche, dann betreibe ich das nicht verantwortungsbewusst, dann betreibe ich das nicht reflektiert und wundere mich über, dass die ganze Zeit im Außen alles scheiße ist. Ist das denn wirklich so, weil Hobby, ich habe jetzt gerade so einen Impuls gehabt, Hobby. Also ich glaube erstens, man hat die Leute das natürlich so nicht wahrnehmen, dass es Hobby ist. Was ist es denn dann, wenn ich 100.000 Euro im Jahr damit mache oder so? Ja, aber lass mal vielleicht so 500.000, 600.000, gar nicht mal jetzt nur so die ganz kleinen, sondern nehmen wir mal den Einzelkämpfer, der 4.000, 500.000 macht. Der macht das ja nicht aus Hobby. Nö. Der ist ja richtig am Schaffen, der ist ja richtig am Schaffen, der ist ja richtig am Schaffen, aber der hat halt im Rahmen seiner Verantwortung und ich will kurz auf das Thema Verantwortung zurückkommen, ich finde, der übernimmt keine Verantwortung für sich als Person, weil wenn du 5, 6 oder 700.000 Euro als Einzelkämpfer, jetzt mal in meinem Fall Immobilienmakler, machst, dann musst du schon echt laufen. Da musst du schon wirklich laufen, da musst du schon wirklich was bewegen. Ein goldenes Hamsterrad. Genau, das ist ein goldenes Hamsterrad. Und die Konsequenz daraus ist ja, eben super viel Arbeit, keine Zeit für irgendwas anderes. Du musst deinen Laden zumachen, wenn du in Urlaub fährst, also Closed Job sozusagen. Und das würde ich auch an der Stelle, ich würde es sogar verantwortungslos nennen. Ja, definitiv. Also sich selbst, seiner Familie, seinen Werten wahrscheinlich auch gegenüber und der hat den Sinn, der anders viel an sich hat selbst nicht gemacht, weil sie Lust hatten, frei zu sein, selbst entscheiden zu können und dergleichen mehr. Und jetzt plötzlich entscheidet das goldene Hamsterrad, was man sich selbst gebastelt hat, über die eigenen Handlungen. Man ist gar nicht mehr frei, man muss. Man will nicht mehr, sondern man muss, man muss, man muss, weil ja sonst ist das, sonst ist das, das und das, sonst ist das. Und genau das ist so dieses Spiel von Verantwortung und Reflexion. Ich sehe das so wie so ein Super Mario-Spiel. So, ich habe jetzt ein Super Mario-Spiel, Level 1, Level 2, Level 3. Nehmen wir mal an, Level 3 ist jetzt die 500.000 Euro. So, Level 1 habe ich gemeistert, Level 2, 3 auch, Level 3 auch. So, und jetzt kann ich halt die ganze Zeit im Level 3 sein und eben nicht wachsen. Wenn ich jetzt wachsen will, dann ist mein Job erstens, nicht nur die Verantwortung für mich zu übernehmen, sondern die Verantwortung auch für meine Familienmitglieder. weil, wenn ich meine Ziele erreicht habe, dann habe ich ein gewisses Level erreicht. Dann ist es doch verantwortungslos, wenn ich es verstanden habe, wie ich jetzt finanziell erfolgreich werden kann, warum übernehme ich nicht die Verantwortung für meine Familie, dass die auch noch mehr von meinem Erfolg partizipieren, weil ich das Spiel ja verstanden habe. Können denn wirklich schon alle deine Familienmitglieder von deinen Einkünften leben? Überweist du deinen Eltern schon jeden Monat 2.000, 3.000 Euro? Muss deine Frau oder dein Partner, muss der arbeiten oder will der arbeiten? Habe ich die Verantwortung über mehrere, ich sag mal, Generationen übernommen? Wenn ich diese Verantwortung spielen will... Die sollen nur schön selber arbeiten für ihre Rolle. Ja, aber warte mal, wenn ich jetzt... Die müssen auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Nehmen wir das bei Level 3. So, jetzt will ich Level 4 spielen. Was passiert? Man wird vielleicht erstmal scheitern. Man will Mitarbeiter einstellen und er funktioniert erstmal nicht. So, jetzt kann ich die Verantwortung im Außen suchen und sagen, das Spiel ist doof. Super Mario ist doof. Die haben das so gemacht, dass ich es nicht schaffe. Oder ich überlege, wie habe ich denn gehandelt? Wie habe ich mir das selber erschaffen, dass ich Level 4 nicht schaffe? Und was muss ich mir an Fähigkeiten, an Skills aneignen? Wie darf ich umdenken? Wie verlasse ich meine Zone, die ich kenne, um das Level 4 zu spielen? Absolut. Das ist meiner Meinung nach dieses Verantwortungsbewusstsein. Und du hast jetzt gerade den Begriff Spiel, Game, Gamification, weil das ist es ja letztendlich. Weil wenn wir uns mal anschauen, das Leben ist ja im Prinzip von den Eigenschaften her, ist es ja wie ein Game. Weil du hast Ziele, du hast natürlich immer wieder irgendwelche Problems, die du überwinden musst. Und dann am Ende des Tages fühlst du dich happy, frei, wenn du dann halt dein Game gewonnen hast, sozusagen. Wenn du das Game gespielt hast. Und ich glaube aber auch eine Sache, dass in dem Moment, wo du auf diesem Level 3, ich finde es sehr geil, auf diesem Level 3 kleben bleibst, dann wird einem, und das stelle ich auch häufig fest, bei Immobilien, Maklern, aber auch anderen, dann kommt so diese Langeweile. Weil Komfortzone ist ja das eine, aber Komfortzone ist auch immer verbunden mit Langeweile. Also das heißt, du klebst fest. Langeweile heißt dann auch so Dinge wie, ja, ich kann ja schon alles. Ich muss ja nichts mehr lernen, zum Beispiel. Ich muss mich ja nicht mehr entwickeln. Ich bin ja schon super Motherfucker. Ich bin ja schon richtig gut. Also einmal das. Oder ja, nee, meine Firma, wir sind super erfolgreich. Da muss ja nichts mehr passieren. Also das heißt, die Gefahr von Komfortzone ist halt nicht nur, sich in seinem schönen Häuschen aufzuhalten, sondern ist eben auch zerstörerisch. Weil du machst dich damit eigentlich, schießt du dir ein Loch in den Kopf. Wenn man ganz genau hinschaut, du schießt dir am Ende des Tages, schießt du dich eigentlich selber ab. Und ich glaube, kaum einer wird länger als vielleicht eine Phase von eins, ein paar Tagen hier, Netflix und chill. Ist ja alles geil, mag ich auch. Mal ein paar coole Filme gucken, ein paar coole Serien. Aber wenn du jetzt dauerhaft, das wäre ja das Ambivalent dazu, dauerhaft, du würdest nichts anderes machen als das. Und ich glaube, da steckt halt ganz viel Wald, was viele auch nicht verstehen. Der Mensch ist dafür gemacht, belastet irgendwo zu werden. Wir sind nicht dafür gemacht, nicht belastet zu werden. Das ist ja auch einer der größten Gründe, warum die meisten Rentner, wenn die ganze Zeit immer gearbeitet haben, dann plötzlich nichts mehr tun, dann anfangen, krank zu werden. Die gehen kaputt. Sich zurückzuentwickeln. Weißt du übrigens, was das Schlimmste ist, was man einem Menschen wegnehmen kann? Vitalität. Arbeit. Vitalität gleich... Ja, Arbeit gleich Vitalität, genau. Also das heißt Beschäftigung, drücken wir es mal so aus. Beschäftigung. Ja. Und ich glaube, ich habe da ein cooles Bild in diesem, was du gerade gesagt hast, mit Stillstand ist irgendwo gleich Rückschritt. Weil es gibt auch die Komfortzone und es gibt die Komfortzone Falle. Beispiel, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und ich gehe jede Woche dreimal und ich bin bei 100 Kilogramm Bankdrücken angekommen. Wenn ich das jetzt Monate durchgehend mache, mein Muskel fängt an zu schrumpfen, wenn ich nicht ein neues Level angehe. Neue Reize setzen. Genau. Und das ist die Verpflichtung gegenüber mir selbst. Ich sollte doch auf dieser Welt geboren sein, um etwas Großartiges zu erschaffen. Aber weißt du, weil, ja, bin ich voll dabei. Die Frage ist nur, ich schaue ja immer gern mal so ein bisschen dahinter. Die Frage ist, wie das kommt. Und ich sage dir mal, dass die Komfortzone letztendlich etwas ist, was die Menschen sich zufügen. Und ich sage dir auch, dass es größtenteils sogar unbewusst ist. Ich würde sogar sagen immer. Ja, genau. Weil der Punkt ist. Aber sorry, das entsteht ja nur durch nicht reflektiert zu sein. Ja. Genau zu gucken, was habe ich in meinem Leben, was will ich nicht in meinem Leben haben. Absolut. Aber ich mache es mal ganz einfach. Der Punkt ist eben Zielsetzung, Ziele setzen. Das ist ein Hof, ja. Weil wenn du einfach permanent, wenn du permanent auch immer wieder neue Ziele dir setzt, das ist ja das Gleiche, wie wir waren eben bei dieser Adoleszenz. Man könnte auch sagen Todeszone oder was auch immer. Habe ich zum ersten Mal gehört das Wort. Ja, ja. Hat aber gereicht für ein paar Millionen. Ja, genau. Aber der Punkt ist, ist ja egal, ob Todeszone oder wie man es jetzt nennt. Ich habe es noch nie gehört, aber ich habe es gelernt. Genau. Das ist eigentlich diese Phase. Aber der Punkt ist einfach der, wenn du im Leben nicht permanent dir wieder neue Ziele setzt. Also die Leute setzen sich ein Ziel. Das Leben hat ja auch immer mit Gewinnen und Verlieren zu tun. Ist ja nun mal so, ja. Und wenn die jetzt verlieren, nehmen wir das Beispiel mit den Mitarbeitern. Der hat das Ziel gehabt, die Absicht gehabt. Boah, geil. Jetzt stelle ich Mitarbeiter ein und dann knallt es bei mir. So. Ja. Und dann hat das nicht geklappt. Dann hat er ja verloren sozusagen. Das ist ja wie in einem Spiel 3-0 verloren. Ja. So ganz simpel. Hört halt dazu. Jetzt kommt aber ein wichtiger Faktor. Das Ziel, was er gehabt hat, hat er nicht erreicht. Und leider Gottes, das ist jedes Jahr im Dezember, ja, zu Weihnachten, jetzt werde ich abnehmen. Oder jetzt höre ich auf zu rauchen. Oder jetzt höre ich auf Alkohol oder weniger Alkohol. Warte auch immer. So. Und hier ist halt eine Sache wichtig. Die Leute hören auf, in dem Moment, wo sie scheitern, ja, wo sie scheitern, hören sie auf, sich neue Ziele zu setzen. Und der Witz ist, du musst im Prinzip nur eins tun. Wenn du scheiterst, musst du dir wieder ein neues Ziel setzen. Mehr musst du eigentlich gar nicht machen. Du musst eigentlich wieder neu starten. Weil, was viele einfach nicht verstehen ist, du hast jetzt ein paar Sportbeispiele gebracht. Nehmen wir mal an, ich sage jetzt, ich will einen Marathon laufen. Ich bin aber noch nie joggen gegangen. Und ich fange jetzt, und du kannst das aber. Und du gehst jetzt mit mir los, laufen, und du läufst mit mir direkt. Sag, komm, Heinz, heute starten wir mal mit anderthalb Stunden. Was wird passieren? Wäre ich wahrscheinlich zusammenbrechen. Also ich muss auf der richtigen Stufe meines Könnens oder meiner Möglichkeiten starten. Weil sonst funktioniert das nicht. Ich kann nicht starten, ohne Kohle in der Tasche und mir direkt ein tausend Quadratmeter Büro anmieten. Also, verstehst du, stufenweise. Und was die Leute nicht verstehen, ist, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Million Jahresumsatz als Ziel zum Beispiel, also siebenstellig, und die setzen sich das dann und erreichen das nicht, dann geben sie das Ziel auf. Und das ist Banane. Weil ich habe es jetzt, zum Beispiel bei mir, wenn ich sage, 100 Liegestütze am Tag. Ich habe gemerkt, okay, das ist die Stufe, weil ich da kraftsportmäßig nie so viel gemacht habe bei mir, also eher Ausdauer. Da war die Stufe zu steil. Also der Gradient, sagt man auch, zu steil. Und was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, pass mal auf, jetzt fängst du an, dreimal 10. Dann habe ich gesagt, okay, dann machst du dreimal 15. Dann machst du dreimal 20. Und jetzt kannst du immer noch in kleineren Schritten dreimal 21 oder dreimal 25 und so weiter. Und ruckzuck bist du eigentlich, weil genau das passiert, was du gerade gesagt hast, der Körper sich an die neue Belastung sehr schnell gewöhnt. Und du aber dem Körper auch immer wieder neue Reize setzt, also sozusagen eine neue Stufe gibst. Und so könnte man nämlich die Millionen, also vielleicht dann nicht in einem Jahr oder in einem halben oder in drei Monaten, so sagen, okay, ich brauche halt ein Jahr dafür. Aber ich muss halt erstmal 83.333 Euro pro Monat generieren, um dahin zu kommen. Oder eben diese 83.333 geteilt durch vier, muss ich die erstmal in der Woche produzieren, um Schritt für Schritt an diese ganze Geschichte heranzusetzen. Und die Leute hören auf, sich Ziele zu setzen. Das ist das Game. Was du ja gerade zwischen den Zahlen gesagt hast, du hast ein gewisses Ziel, hast du die gesetzt und jemand erreicht es nicht. Und was das Traurige ist, die meisten leider, oder sie sind halt Zuschauer dieses Podcasts dann vielleicht nicht, wenn ein Problem auftaucht, dann sind sehr, sehr, sehr viele Menschen sehr problemorientiert. Was ist eigentlich das Problem? Und schauen nur auf das Problem. Es ist einfach manchmal zu leicht, um zu überlegen, was eigentlich das Richtige ist. Das einzig Richtige oder das Simpelste ist, um vorwärts zu kommen, ist, sich nur auf die Lösungen zu konzentrieren. Welche Lösungen gibt es denn eigentlich? Du hast ja gerade auch eine Lösung entwickelt. Okay, ich habe das Ziel gehabt. In meinem jetzigen Weg war es nicht richtig. Jetzt überlege ich mir, wie komme ich denn anders an das Ziel? Welche Lösungen gibt es denn, an das Ziel zu kommen? Und eigentlich sind das ja die Basics der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, dass sehr viele Leute, die auf dem Weg des richtigen Erfolgreichwerdens, auch derjenige, der 500.000 Euro im Monat Umsatz macht, der hat ein gewisses Level, was ja schon ziemlich gut ist. Und wenn er jetzt wachsen will, dann muss auch er seine Komfortzone verlassen. Und viele haben diese Basics einfach vergessen, Ziele zu setzen. Genaue Etappen sich aufzuschreiben, wo will ich hin? Die Ziele zu visualisieren. Die Konsequenzen, sich aufzuschreiben, was ist eigentlich, wenn ich meine Ziele nicht erreiche? Welche Konsequenz trage ich selber, wenn ich meine Ziele nicht erreiche? Oder eine Konsequenz selber aufzuschreiben. Angenommen, ich will das jede Woche 1000 Wählversuche machen mit meinem Team. Oder ich selber jetzt jeden Tag 100, sind 500 in der Woche. Mir selber einfach, hey, wenn ich das nicht schreibe, was gebe ich mir selber für eine Konsequenz? A und B, wie belohne ich mich denn, wenn ich das erreicht habe? So die Basics der Persönlichkeitsentwicklung sind einfach im Laufe der Selbstständigkeit bei sehr vielen Fallen gegangen. Und was mir mega geholfen hat, diese Basics auch beizubeholfen, sind sogenannte Accountability-Partner. Also Personen, mit denen ich jede Woche über meine Ziele schaue und schaue, was habe ich für Herausforderungen? Was habe ich für Ziele? Was kann ich tun, um meine Herausforderungen zu lösen? Was tue ich, um meine Ziele zu erreichen? Welche Konsequenzen trage ich? Was habe ich davon, wenn ich das erreiche? Also welche Belohnungen gebe ich mir? Und wie sieht es aus, wenn ich das Ziel erreicht habe? Also sich schon mit diesem Gefühl anzufreunden, obwohl man das Ziel nicht erreicht hat. Ich glaube, diese Basics, einfach nur, wenn viele einfach das tun würden, jeden Tag, Ziele anschauen, Konsistenz zu schauen. Also Sparringspartner, ne? Sparringspartner. Auch mal selber sich zu reflektieren. Also mit Sparringspartner wird es einfacher, weil du dich halt verpflichtest gegenüber anderen Personen. Ist halt deutlich einfacher. Wie beim Joggen, ne? Alleine Joggen ist schwerer als mit einem Kumpel oder in der Gruppe, ne? Also da muss man aber wieder gucken, was ist man für ein Typ, ne? Worauf hat man da Bock? Aber da, absolut, ganz klar. Oder ein Mentor oder ein Coach oder was auch immer. Irgendwas sollte man immer haben. Das sind... Nicht ohne Grund hat Cristiano Ronaldo, Messi, alle Fußballwälzer, es haben Coaches um all ihre Lebensbereiche herum. Nicht, weil die einfach keinen Bock haben, einfach den ganzen Tag Geld auszugeben, sondern weil die genau wissen, dann komme ich weiter. Weil ich selber eine Betriebsblindheit, eine Lebensblindheit entwickle. Ich kann mich nur zu dem Maße selbst reflektieren, wie ich selber die Fähigkeit habe, mich zu reflektieren. Und eine andere Person kann mich so reflektieren, wie es mir wahrscheinlich nicht gelingen würde. Okay, lass uns zum Abschluss mal... Jeder stellt dem anderen, was weiß ich, ein oder zwei Fragen noch. Ja, okay.